Freitagabend um 19 Uhr setzen die Wehen wieder ein. Die Geburt dauert jetzt schon 18 Stunden. Doch dann geht alles ganz plötzlich. Wie bei allen Entbindungen von Thura. Um 19.58 Uhr erblickt das Elefantenmädchen das Licht der Welt in Hagenbecks Tierpark. Nach etwa 10 Minuten hält sich das Baby schon allein auf seinen Beinen. Nach fünf Tagen ist das Kleine bereits 95 Kilogramm schwer. Die Mutter nimmt ihre Erziehungsarbeit auf. Auch in dem überschaubaren Gehege gibt es Gefahren. Erst wenn sie die kennengelernt hat, darf auch der Rest der Herde zurück in die Halle. Und auch hier kennt sie sich noch nicht so richtig aus. Beim Trinken muss die Mutter ein wenig nachhelfen. Denn das Elefantenmädchen soll viel trinken. Ein Kilo Gewichtszunahme ist bei Elefanten in dem Alter normal. Ein Kilo pro Tag.